Vor einigen Wochen erregte die EU-Kommission Aufsehen, mit ihren Vorschlägen rauchfreie Zonen auf zahlreiche Außenbereiche auszudehnen. Jetzt steht im EU-Parlament eine Abstimmung über ein generelles Rauchverbot im Freien an. Brüssel strebt bis 2040 eine rauchfreie Generation an. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird im Europäischen Parlament über einen Entwurf abgestimmt, der ein Rauchverbot an Stränden sowie in den Außenbereichen von Restaurants, Bars, öffentlichen Gebäuden und auf Weihnachtsmärkten vorsieht. Die Europäische Union hat das Ziel, dass künftig weniger als 5 Prozent der Bevölkerung in den Mitgliedstaaten rauchen. Nachdem bekannt wurde, dass Ursula von der Leyen dieses Vorhaben ohne eine offene Abstimmung der Mitgliedstaaten vorantreiben möchte, riefen die österreichischen EU-Abgeordneten Petra Steger und Gerald Hauser zum Widerstand auf. Das ursprünglich als Empfehlung gestartete Rauchverbot im Freien hat sich rasch zu einem konkreten Plan entwickelt, der die Bevölkerung bevormunden soll. Steger kritisiert, die Konsumenten sollen entmündigt werden und sich den Vorgaben aus Brüssel unterordnen. Kritisiert Steger. Statt der angekündigten Zustimmung des grünen Gesundheitsministers Johannes Rauch fordern die freiheitlichen EU-Abgeordneten eine klare schriftliche Ablehnung dieses neuerlichen Angriffs auf die Freiheitsrechte der Bevölkerung. Ihrer Meinung nach gibt es zahlreiche berechtigte Einwände gegen die Bevormundungsfantasien aus Brüssel, die nicht ignoriert werden dürfen. Was die Eurokraten nicht bedenken. Die EU erzielt jährlich erhebliche Einnahmen durch die Tabaksteuer, wobei diese Einnahmen einen wichtigen Bestandteil der Staatskassen darstellen. Im Jahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus der Tabaksteuer in der EU auf etwa 90 Milliarden Euro. Diese Zahl variiert je nach Mitgliedstaat, da die Steuersätze unterschiedlich hoch sind, aber insgesamt macht der Tabaksteuermarkt einen bedeutenden Anteil an den nationalen Steuererträgen aus. Besonders in Ländern wie Irland, Finnland und Frankreich sind die Steuern auf Tabakprodukte besonders hoch, was auch die Preise für Zigaretten erheblich steigert.